Ich bin unschuldig. Verräter. Ich bin hier beim Niki. Ich bin im Schnee draußen. Ich bin ganz alleine. Doch nicht. Ich spiel mit dem Globus. Das ist das Half-Life-Dinger überall. Hey, wir schauen anders aus. Auf der Map, die kenn ich noch von HBSQ, da sind überall Trader fallen. Mann, toll. Komm raus da. Nein, steck. Huh? Was ist da los? Da ist ein Half-Life-Zeichen. Da ist ein geheimes Fach. Ich hab ein geheimes Fach gefunden. Unter der Treppe. Nee, da bei dem Telefon, da kann man aufmachen. Da geht's auf. Was? Da ist ein Telefon in der Wand. Okay. Hier. Ja, aber da ist nichts dahinter. Ja, aber das hat mich so verwirrt. Hey. Seele aus. Hallo. Mit der Seele aus in einem Raum. Oh nein. Leben noch alle? Ja. Drecke. Party? Ja. Druckerzubehör. Da liegt eine Leiche. Ich bumm's nicht. Nein, das ist ein Typ. Warum kann man da keine Tür aufnehmen? Ähm. Wer hat da geschossen mit der Schott gar nicht? Aber auf dem Typen schon. Irgendwie ist gestorben. Ich nicht. Ja nicht. Wo denn? Ja. Was war das? B? Nö. Oh, jetzt hab ich mich noch wegschmissen. Wer ist jetzt gestorben? Niki? Ich weiß noch. Er ist weg. Warte. Ähm. Waffen gerade vor. Ich wäre da in dem... Äh. Raum, wo der große Tisch, der rum ist. Hey, wer ist da? Jetzt bin ich hier. Vertrau dir mal. Ich hab gerade vor Schaden gerückt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Seele aus. Also wenn wir jetzt die anderen zwei einen sehen, dann wird sofort geschossen. Ey, ich hab auch Schaden gekriegt. Ey, die waren beide irgendwie gleichzeitig ruhig. Hä? Ne, ich bin's mad. Ne, ich mein... Ist komisch, dass zwei auf einmal klar weg sind. Und man auch keine Leiche findet. Hm. 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 Und Timo Stroth. Hm. Ey, wo sind denn die? Hm. Ich finde die auch keine Leichen. Warte mal. Fuck. Schlegge ist rumgelaufen. Ja, da steht einfach, ich schüttelst du. Ich steh einfach mit der Frau um. Ja. Lame doch. Aha, der Traitor. Alter. Alter, die Map ist voll riesig. Ey, wo ist denn da der Nick, äh, Langreen gestorben eigentlich? Äh, ich hab den, äh, der ist irgendwie... Ich hab grad so einen Traitor-Raum aufgemacht und da ist der Lang... Die Treppe runterkommen und hab ich nicht erschossen. Ach, das war ein Traitor-Raum. Alter, das hab ich nicht gewusst. Ich hab einfach die ganze Zeit einfach die ganzen, äh, Dinge einfach... Nein, ich bin's nicht, Michi. Aber da gehen überall einfach bloß noch Kisten auf. Ich glaub, da kannst Leichen verstecken und so ein Scheiß. Okay. Und Teleporter gibt's halt. Kann man ja da im großen Raum, wo der runde Tisch steht, etwas aufmachen? Ja, ja, da kannst irgendwie runter. Ja. Ach stimmt, ja, da ist so ein Bunker, ne? Ja. Mehr geschlossen. Ich glaub, da... Ich. Hä, wo sind die Waffen? Ich hab nur ne Sniper. Achtung, ich schieß drauf! Wo sind die Waffen, da? Okay. Unschuldig. Passiert nix. Ne, passiert nix. Bin auch unschuldig. Michi, hier ist noch Aktenarbeit zu erledigen. Ach, da kommen wir ja sogar raus. Wo? Hier. Hinten, hinter dir. Äh, hinter dir. Loser, drückst du mit der Partner fällen. Hier. Wo? Warte, guck. Ähm. Äh, ich hab gefunden, wo man da aufmachen kann. Den Tisch. Echt? Ja. Ich hab ihn mal aufgemacht. Wo geht denn das? Das geht an der Wand. Das kann jeder machen. Ah, da, das Telefon. Mhm. Ja, Strom. Ja. Ich hab gar einen einzigen Meter bewegt. Ey, seid ihr schon runtergefahren? Bin grad dabei. Hattet auf mich. Du brauchst noch eine gescheide Waffe. Das ist wieder das Jump and Run. Boah. Knapp. Zu viel? Ja, bricht die Trattertür aufmachen, Michi. Zu viel? Alter, Michi! Michi ist es! Sicher? Wo? Ja, der hat irgendein Zeug auf mich geworfen. Fuck, Mann. Was war das? Ja, der komische Ball, oder? Ja, der hat... Ja, der hat... Ja, der hat... Ja, der hat... Ich hab... Ich hab's bloß so... ...floppt neben mir. So, Michi weggelaufen. Und... Dann schadet er mal zurück. Das hört man. Ja, ja. Der ist irgendwie... Die Wand neben mir halt... Klatsch. Mach so. Mach so. Ich hab da nicht... Alter! Hä, wo kamen Sie zu der Disco? Hä, warum bin ich jetzt da weggeflogen? Das war ich. Äh, vor allem... Ja, hier hinten. Da. Alter, Sack. Ach, Mann. Vor allem, ich sag nur so... Äh, Michi, du bist den Traitor-Raum aufmachen. Nee, da war ich... Da war ich leider mal im Ding. Aber das ist halt der... Da kommst du da irgendwie... Kannst du da drum teleportieren in dem... Teil. So, wer will eintreten? In den Keller. Ich? 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 Ich weiß aber nicht, wo es ist. Ah, jetzt weiß ich, wo es ist. Nein! Wartet auch los. Unschuldig. 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 Sonst würde ich jetzt schon den Traitor-Raum campen. Äh, au! Alter, ich war da einzwickt. Ich hab nur sechs Leben. Ich steh neben mir. Ich war auf dem Tisch drum gestanden und das nach oben gefahren. Sorry. Ich hab gedacht, das wär... Das wär... Aufzug. Aha, wer ist da? Hi, Michi. Ach, da ist der Aufzug. Ist doch der Aufzug jetzt, oder? Ja. Bist du drin? Nö. Ah! Ah! Okay. Einer von den zwei ist es, Michi. Sorry, das war keine Absicht. Ich war's. Also ich hab den Timo erschossen, das war auch keine Absicht. Hä? Hä? Äh. Weißt du? Der hat den Aufzug aktiviert. Dann hab ich erst reingeflex... Auf den Timo geschossen. Ähm, ähm, ähm. Ja, was ist da? Ähm, ich glaub die Sophia ist es. Hat die Sophia ist es? Du auch. So, Timo. Das war einfach so eine Reflex-Aktion. Aber grad aufregen. Ähm, auf mich hat wer geschossen. Ja, okay. Aber gut, ich hab bloß noch sechs Leben gehabt. Weißt du was? Und dann hast du viel Entlenkung gebracht. Hm. Ich hab längst tanzen sehen dann. L-A-G-E-E. Schönen wir einfach so, dass wir da auch nichts mehr sagen dürfen. Sonst ist ein bisschen blöd. Ja, ja. Also unter dem Lager vorher liegt. Ja. Ne, da musst du dann auch gleich ruhig sein. Ja. Ja, aber wenn man sich nicht mehr bewegen... Wobei man sieht's ja nicht, dass man selber nicht, dass man... Ja, man kann sich nicht mehr bewegen. Man merkt's eigentlich recht schnell, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Ja, aber man sieht's ja quasi nicht, dass man tanzt. Ja, das sieht man nicht, aber man kann sich auch nicht bewegen und nichts mehr zu tun. Ja, ja. Und man hört sich auch. Ja. Man hört ja die Musik auch. Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Keiner. Ne. Wer schießt? Keiner. Keiner. Ne. Das sind meine Steps. Okay. Ich bin beim Linguin. Ich bin unschuldig. 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 Also, ich fahr jetzt den Tisch weg. Ne? Wo geht denn denn nochmal hin? Warte, komm das. Da. Ciao. Ey, Lengis. Ey, was? Nein, hab ich nicht. Ey, irgendwas ist hinter mir explodiert. Der Niki hat Ciao gesagt, da ist ne Luke aufgegangen. Die kann man so auch aufmachen, glaub ich. Einen Tag. Da hat die Luke am Boden. Hopp. Entweder. Geht's auch. Wovor ich nicht. Na, was? Da müssen wir 40 leben. Wenn's nicht der Niki ist? Ne. Ich bin runtergelaufen und hab das Ding wieder zugebracht. Aber du hast Ciao gesagt und dann hat der Timo Schaden gekriegt. Du hast wahrscheinlich damit gerechnet, dass er tot ist. Nein, ich hab Ciao gesagt, weil ich runtergekommen bin. Der ist nach unten gegangen. Ich hab mal gesehen, weil ich bin nämlich auch mit runtergekommen. Hä, warum hab ich dann so viel Schaden gekriegt? Ich hab den Timo noch kein einziges Mal gesehen. Da ist so ne Luke aufgegangen, Timo. Am Boden. Und dann ist wahrscheinlich... Ich bin nämlich dann in die andere Richtung gelaufen, beziehungsweise die hinterher. Ja. Ich hab gesagt, ich mach jetzt den Tisch hoch. Dann hab ich den Tisch hoch gemacht, wieder runtergelaufen und das war's. Hä? Das will ich nachher aufgeklärt haben. Ja, ich nehm's leider nicht auf, also... Sophie, hör mal. Hallo. Ey, schau mal, schau mal, schau mal. Warte. Pam. Was machst du? Timo, kann sein, dass das du bist und aus Versehen dich selber da abgeschossen hast. Wie soll ich mich selber abschießen? Ja, mit der Falle, wenn du nicht weißt, was er macht und dann... Timo auch. Ey, das ist keine Falle. Welche Falle? Ich war an der Falle schon... Da ist bestimmt die Tretterfalle. Hier am Boden. Oh, ich hab da keine Falle gesehen. Ja, die sieht man als normale auch nicht. Hä, was für eine Falle? Ja, darum hab ich ja nicht. Ich hab bloß nur einen Finger. Wenn der Leng mich wieder verdächtigt, ist der Leng. Ach komm. Warum? Ja, ey, du verdächtigst mich jetzt einfach ohne Grund. Das ist ja bloß eine Vermutung. Ich verdächtigen darf man ja. Hä, wo ist denn ne Falle? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Das Blut ist am Boden, oder was? Ja, genau. Ich komm jetzt hoch. Unten ist es. Hä, unten? Nein, der Niki meint, der ist komplett unten. Ach so. Warum ist da ne... Da wurde ne Ding hoch scharf gemacht. So ne Claymore. Ah, das kann sein. Das kann sein. Das sind doch die, wo man vorbeiläuft und dann geht's hoch. Ja, nämlich auf der anderen Seite ist ein Claymore. Die Claymore. Ah, ja, ich sehs. Ich sehs, ja. Ist die scharf, oder ist die nicht scharf? Ich bin grad vorbeigelaufen. Ich lauf... Ja, ja. Die war scharf. Warum ist sie dann grün? Oh, oder der Niki ist schreitert, deswegen hat sie den da rausgelöst. Also ich... Der Pflege ist aber auch in der Nähe. Ja, was laberst du? Ey, ich bin grad hochgefallen. Schon da vorbeigelaufen. Die ist auch wieder scharf. Und der Pflege ist grad vorbei. Ey, wo denn? Du bist... Ja, die Grüne. Ne, aber die... Die muss man, glaub ich, bloß einmal aktivieren im Ding. Ey, die war da grad noch nicht gestanden, wie ich vorbei bin. Die war noch nicht gestanden, nein. Ne, da ist eine Klappe und dann fahrt die wieder hoch. Weil die andere ist nämlich die Klappe wieder zugegangen, wie sie passiert ist. Kann ich da drauf schießen? Ja, schießen bringt nix, Herr Tima. Ja. Toll, jetzt bin ich hier unten eingesperrt, oder was? Warte, ich komm runter. Geh auf die Seiten. Ja. Lenguin, ha? Ja. Verriss dich, Alter. Nein, geh nicht hoch. Nicht hoch. Na, würd ich nicht. Nein. Aber hier unten ist langweilig. Der Lenguin ist weggelaufen, der ist es. Kannst du mir Leben geben? Wie denn? Ich könnte auch da Michi sein. Achtung, da liegt ne Claymore. Wie soll die Claymore? Ja, weil jetzt ist, das ist da nämlich, quasi, da war die Claymore. So ist eine Klappe im Boden. Gleich da ist es vorbei. Ja, jetzt ist keine da. Oder auf der, auf der, da ist noch eine. Auf der anderen Seite. Timo, hast du da drauf geschossen? Ja, aber da bin ich kurz bevor, also vorher vorbeigelaufen und dann war nix, wie ich hochkommen bin. Hm. Wo ist der Lenguin jetzt? Wo ist der Lenguin jetzt? Ich bin hier. Äh, unten. Unten? Hier, ich habe euch jetzt genug gesehen. Ihr seid so. Ah, da, wer, wer war das? So fies in die Claymore anglaufen. Ja, ich war bei dir da. Ach so. Ja, ich habe bloß hinter mir einen Schrei gehört, dann. Was ist denn da? Ich laufe euch gerade hinterher. Oh nein, meine Waffe. Okay. Nur zur Info. Aha. Ja, laufst du, wir haben alle hinterher. Das ist der Körper, ja, die ist, äh, von der Claymore getötet worden, die Sophie, die ist vorbeigelaufen. Warum ist, da ist eine Klappe im Boden. Das stimmt, die war vorhin noch nicht, oder? Ja, ich war doch nicht. Michi? Du löst doch das aus. Ist doch keine Klappe, oder? Ja, das ist doch, hab ich doch vorhin kein Alarm. Weiß es ja nicht. Ich löse es doch mal aus. Drück doch mal E, äh. Was? Na ja, die kann man einfach so abmachen. Da geht's in Lüftung, schau. Einfach ab. Drück mal E. Ja, aber für was? Kann man da, da kann man ja nicht, kann man da rein? Wow. Michi ist es. Oh fuck. Ah, da hat keine Bananenbombe gehabt. Man. Ich laufe in das blöde Loch hinein, den wir nicht. Mann, ich wollte die Bananenbombe aufgeben. Michi, wie hast du das gemacht mit den ganzen? Ja, da sind überall die Fallen versteckt. Ja, die kannst du halt aktivieren, dann fallen die Klammers immer hoch. Musst du da jede einzelne aktivieren? Weil du warst doch bei uns nicht in der Nähe, bei mir im Team, oder? Ja, aber ganz am Anfang. Die hab ich da schon am Anfang, da bin ich mal vorbeigelaufen. Ey, ich hab das nicht gesehen. Ich weiß auch nicht. Ich hab da bloß gesehen, wie irgendwas runtergegangen ist. Alter. Ich hab gesagt, der Michi ist es auch. Mensch, 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 Mensch. Keinem kann ich vertrauen. Da steht ja auch lauter Terrorist. Alles Drecksäcke. Na, bloß der Kackparkplatz hier. Aber, äh, Michi, kann man mit der Klappe irgendwas machen als Strater, oder? Ey, die, wo wir die Klappe aufgemacht haben. Hä? Die, wo wir zum Schluss aufgemacht haben. Ja. Nö. Das ist einfach Lüftungsschacht. Ja, okay, da kann man echt nix machen. Also, quasi, als normal auch. Kannst du das Gitter nicht so schießen? Ja, ich war da schon. Euch hätte der vorhin seinen Headshot gegeben, aber dann ist die Klappe wieder aufgemacht. Gehen wir weg. Gehen wir weg. Jetzt du, Hopp. Da kommt mein Lüftungsschacht. Ach ja. Ja. Gehen wir weg. Da würde ich aber nicht hintergehen. Da würde ich aber nicht hintergehen. Wieso? Äh, jetzt hab ich sie wieder schon abgekriegt, oder? Da, da, da. Da geht's einfach ohne nach oben, glaube ich. Ja, aber hier kommt man in den Raum rein. Genau. Ich glaube, ich bin in meine eigene Prankgranate rein, die ist durch die Wand gegangen. Wie gut, dass da auch eine Tür dazu gibt. Wann betrinkt man uns? Hallo. Ich will mich betrinken. Wat? Na? Das ist das falsche Spiel, Sophie. Da geht's einfach in Schwarze zu. Okay. Ey, da ist wieder eine Mikrowelle. Aber diesmal wirklich. Seid's denn hier alle? Da hat jetzt gerade wieder so ein Ding... Da ist gerade etwas explodiert bei der Sophie. Ja. So, da hat... Du weißt das. Nein, ich war das nicht. Wo denn? Wo seid ihr denn hier? Ich bin gerade erst die Treppe runtergekommen. Ich hab nicht einmal gewusst, dass wer da ist. Aber da ist irgendwer... Dann weißt das du. Nein. Ich weiß nicht. Ich bin nicht aus dem Lüftungsschacht. Da kommt man nach dem Lüftungsschacht durch, dann weißt das du. Weil ich hab nämlich genau gesehen, dass... alle, oder? Michi? Ja. Ich will immer nach unten. Ich will immer nach unten. Das ist voll dran. Da unten! Aua! Aua! Die Claymots sind scharf. Was? Die Claymots sind da unten scharf. Alle? Auf beiden Seiten? Ich glaub das ist überhaupt das Abwechsel. Ich glaub das ist überhaupt das Abwechsel. Scheiße! Danke Michi! Da hast du so eine ausgelöst! Tschüss! Geil! Aua! Hm. Wo kommen wir da runter, oder? Michi, bist jetzt du tot? Nein. Hier ist eine Claymots für uns am Boden. Es sind ja alle ausgelöst, oder? Weiß ich. Wie viele sind's noch überhaupt? Sophie, ist hinter mir? Ja, aber ich bin unschuldig. Ich bin im Keller mit Michi. Oh nein. Geile Erste. Hey! Nein! Ich weiß nicht. Ey, du hast doch schon geschossen. Ich hab gar nicht geschossen. Doch. Ich hab den Bildschirm kaputt gemacht. Ja. Also das Zeug fliegt voreinander, wenn man draufschießt. Das leben wir vor allem. Ja. Ich bin grad bei der Treppe im Keller runter. Also bei dem Gärmengang. Alter! Ich bin grad im Außen. Im Keller, da geht's doch weiter. Ah! Fuck! Ah, ich bin vor der Tür geschlagen. Bord. Also Schiebetür. Jetzt hab ich 50%. Ah! Toll, ich hab noch 5 Leben. Bin in eine Mine reingelotscht. Hä? Da, da geht's im Bunker, geht's noch weiter. Wie weiter? Wo weiter? Hallo? Ja, hier. Ey, Niki, wie bist du noch im Bunker runtergekommen? Ja, ähm, hier. Einfach mit dem Aufzug und so. Ja, aber da sind Minenscharf. Ja, da bin ich hier ja deine kaputtmacht, dann bin ich da hinterher gelaufen. Toll, ich bin ja andere Seite rein. Ja. Michi? Hm? Ich bin noch da, ja. Hat die? Ja, bin auch noch da. Sophie? Wer ist das? Michi? Hi. Sophie? 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 Sophie ist tot. Oder? Hi. Du bist ja fast tot. Ja, ich bin in die scheiß Mine rein. Wo ist dann Niki? Weiß nicht. Der ist unten. Ist der unten rumgelaufen. Unten? Niki? Warum sagt der nichts mehr? Sind die Minenscharf? Ne. Ne, die haben uns beide kaputt. Niki? Okay. Mach mal. Ich... hab Angst. Ich geh mal weg vor euch. Ich hab keinen Bock. Ich geh wieder nach unten. Hä, war da Niki nicht unten? Ich hab keine Ahnung, ich hab den noch nicht oft gesehen jetzt die Runde. Gehen wir nach unten. Falls ich tot bin, ähm, lebt da Niki noch. Hä? Tja. Oder ist der wo runtergefallen? Ich hab keine Ahnung. Das blöde war, wir waren halt alle drei unten. So. Hm. Ich bin grad außen, ganz alleine. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Ich bin auch keine Leiche. Ich bin jetzt grad unten. Hier ist absolut gar nichts. Hier ist absolut nichts. Lebe immer noch. Lebe immer noch. Und immer noch. Und immer noch. Ah, Niki ist. Lenguin? Fuck. Der Lenguin ist es. Der Lenguin ist es unten. Was war denn das jetzt? Hä? Wo kommst du nicht her? Michi, weil da hast du mich erschossen? Ich hab dich nicht erschossen. Hä? Hä? Ich bin hier in Lüftungsschacht runtergefallen. Hast du dich als Michi ausgeben? Nein, nein, hab ich nicht. Hä? Ich hab dich nicht erschossen. Da gibt's. Äh, Dings. Ähm. So Teleport-Dinger. Ja. Und ich bin in den einen reingegangen. Und auf einmal steht da Niki vor mir. Hab ich aus Versehen geschossen. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Geil.